Musik Ohne Publikum ganz toll, auch dein Publikum ist da auch 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, GO! 11.11 Uhr ist es zu weit, endlich wieder Narrenzeit, der Narren darf ohne Unbehagen den Oberen die Meinung sagen. Und das gehört zur Tradition, das ist das Narren-Profession. Die Session ist diesmal lang, die Kicker voller Datendrang, ihr Motto macht die Sache rund, die Kicker treibt es guter Punkt. Man bietet wie in jedem Jahr das Beste, das ist Sonnenklar. Ich wünsche allen, die bereits eine schöne Faschist-Zeit. Ich hoffe, keiner geht verloren, ein Wunsch der Kicker-Zettel-Tode. Darauf an dreifach ist erlaubt, unser Schlachtruf ganz genau. HELLAO! 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 So, Herr Oberbürgermeister, herzlichen Glückwunsch, Herr Oberbürgermeister. Das ist selbstverständlich. connaisbblecribed.com Ries på. HELLAO! 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 recognizing! Ries beim épisode 1 . ...oh,是 reverse Lamborghini. Die Kinder haben die Brüderkopf beront. Mit diesem wüchtern Wetter freuen wir uns natürlich wieder ein trockenes Dach über dem Kopf zu haben. Und nachdem der Hausherr, unser Dr. Siegfried Müller auch da ist, und er heute noch Geburtstag hat, bitte ich um eine Steckchen für unseren Oberbürgermeister. Und das sind wir gleich. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, wie das geht geht, zum Geburtstag viel Glück. Also, ich merke, da sind ein paar Sänger dabei. Also, vielen herzlichen Dank. Und wir haben, das Dach ist nass, aber hinten ist drunken. Hinten ist drunken. Ja, das ist ein Teil. Toll, das ist ein Glück. Also, wir bedanken uns herzlich auch, dass wir heute Abend unser Konzessabend hier, die Eröffnung offiziell hier feiern dürfen. Die Bevölkerung ist ja auch heute das erste Mal dazu eingeladen. Also, es wird ein leichter, bunter Abend, das ist auch ein närrischer Weinbruch wieder zu. Und wir freuen uns, wie viele von euch dabei sind. Ansonsten haben wir, wie immer traditionell, unser Grafstuhl und unser Glühwein dabei. Und beides ist diesmal von unseren Lieben Graus Gleisingen gespendiert worden. Ihnen ein recht herzlichen Dank. Und dann darf ich die Saison beginnen mit einem dreifach langen Kitzingen. Hello! Kicker? Hello! Franken? Hello! 초! Backtun! Hier war fast nicht negra. Ich habe füge. Ich habe den für die Mitte Knights. Boah! Hallo! 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 Nein, gestolte. Haben wir einkrieg von Panem? Hier verfasst sich nicht. Wir können es helfen. Von meiner Seite aus. Ich habe da völlig nach dient. So, wo war der denn jetzt? So, wo war der denn? 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 vertreibt die Nachbarn. Und man muss sagen, Blasmusik ist wirklich was Schönes. Und was müssen wir noch grüßen? Die Kolbing müssen wir noch grüßen. Mit eurem Schlachthof, wie heißt der? Kolbing Treu. Wir schreiben uns an drei Kolbing, die Antwort kommt mit Kolbing Treu. Also in dem Sinne, danke. So ist es, auch auf der ganzen Welt. So ist es. Also, haben wir Sie alle gegrüßt. Danke dir, tschüss.